ja dann gehe ich zu komm ich war nicht bei dir hier ich habe jetzt noch die bar die bar scheiße drinnen hier die waffe die bar scheiße die du ja empfohlen hast hier oder hinten sitzen ja alle stehe zu meinem wort und werde beschossen und das ist doch jemand ich schieße nicht ins haus retten schön dass wir uns schon wieder verloren haben hier ich wollte eigentlich bei dir bleiben versorger versorger ja die kleinen päckchen soja so wie es dir wünscht er vorstellst das freut mich wirklich damit sympathisierig wenn wir die bar jetzt mal ausgiebig testen mal ein paar runden hier ja mach mal ich bin mir sicher wenn du dich ein bisschen eingespielt hast ist ganz cool wo sind sie denn jeweils hier scheiße ja genau wollte ich mich noch über die hat er mich wirklich da in dem busch gesehen ey zuhebst diese buschi überhaupt sich eh nicht verstecken komm zu dir sind sie hier irgendwo irgendwo ja pass auf das fenster hinter dir auf die tür zu gemacht hier sich sehr viel gebracht denn hier bin draußen sehr gut sehr gut wir haben einsatz zäser erobert ist ja wohl noch in dem haus oder ne weiß ich wo du bist bin raus hier ran und guck jetzt zu b oder so komme oh was scheiße mich hat da auch noch mit der bist äh will der mich verarschen also jetzt halte ich ja für den wirklich für sehr unwahrscheinlich wiederbelebung ach scheiße weg auch die nebümer hat er mich auch wiederbelebt der muss ich auch das prinzip eigentlich schon hinterher rennen dem bastard der ist wahrscheinlich hier ins haus rennen jemand sind schon wieder bei c hier oh ich merke das hier man das blendet hier so krass auf mein fernseher dass ich nicht sehe ob das freund oder feind ist hier was hat er hinter dir ja genau die granate scheiße boah der jagdflieger na gut na gut müssen wir da rinkommen hier ja nachgoes raken schweiß sniper da oben auf dem hügel du dumme verdammte ach du bist ein bastard ja weiß was ja 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 voll der meisterschütze wieder da mit seinem scheiß gewehr da gewehr 98 bastard ey kann man denn freiwillig mit diesem gewehr spielen ey bist du eigentlich kann wieder nicht bei dir spawnen du bist wieder irgendwo versteckt hier ja panzer achso ah dann bist du in dem der da vorne ah ok wir sind jetzt hier bei a mit nem fahrzeug ja ah ja mein gott bin ich schlecht das gibt es doch überhaupt nicht krass ey der läuft doch vor mir hin ich schaff es nicht den abzuknallen mit dem maschinengewehr aus dem auto hier quasi ja raus hier toll ich steig ein und bin sofort tot in dem und ich steig aus und bin sofort tot ja quasi oh ich wurde wieder geliebt scheiße ey da kommt ein bomber auf dem zu man hat schneller nach bist du hier noch bei a irgendwo ne war ne ich bin ein flieger ne 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 schon wieder ein flugzeug ey und wieder flugzeug ey Ja, das 3 zu 3, ey. Naja, naja, gut. Mann, jetzt kann ich den Flieger nicht nehmen, oder was? Ja, den spawn ich halt bei dir. Wo willst du denn hin, Robi? Warte mal, ich kann dir die Befehle geben, wenn wir mal B. Boah, das Flugzeug neben uns. Okay, ich bin raus hier. Okay. Ja, es geht doch. Meine Güte, ey. Jetzt hat er sich das Wachsoldatenkit genommen, naja, der Bastard. Wir haben das Einsatzziel Gustav erobert. Wir haben das Einsatzziel Friedrich erobert. Na ja, ich bin endlich mal hinabgeknallt hier oben. Mann, dieser Schlangen, der Schlangenkopf-Clan, der muss ja riesig sein, ey. Und dem haben wir fast jede Runde. Ist doch jeder dabei. Schlangenkopf-Clan. Voll ja Angst und Schrecken verbreitend im Battlefield, voll geil. Irgendwie schon, ja. Die sind ganz schön groß dabei. Das Gefühl. Ich muss hier auch mal einen Bildmodus wieder auf Spiele machen. Ich hab die ganze Zeit auf Film, den Bildmodus. Es geht im Wunder, dass das hier so unter Ölsch läuft. Ich bin bei dir hinten drinne. Mhm. Ich steig hier aus. Ich bin bei dir. Ich bin bei ihm. Dikkat Eileen. Orde wie Gönsjü war. Wir haben Einsatzziel Emil erobert. Wir haben Einsatzziel Cäsar verloben. Ich war nicht, ob sie das abziehen. Ich bin bei ihm. Ich bin bei ihm. Ich bin bei ihm. Hey, hey, hey. Hier sind wir ganz alleine bei A. Das ist irgendwie uncool. Naja, gut. Aber immerhin. Tapfer geschlagen. Ich fliege jetzt auch mal. Ich hab aber überhaupt keine Ahnung, wie das funktioniert. Wie geht denn das hier? R2 ist halt. Schießen. R2 ist schießen bei mir. Achso. Dann hab ich es rumgestellt. Spielst du eigentlich aus der Ego-Sicht dann beim Fliegen oder hier aus der... Ne, meistens von außen. Außen, okay. Aber die habt doch Flugzeuge, die haben keine Bomben, ne? So wie das hier gerade, was ich jetzt hier habe anscheinend. Naja, du kannst ja vorher auswählen nochmal. So wie als ob du eine Klasse auswählst, wenn du über dem Symbol bist. Ach, okay. Dann hab ich jetzt wirklich nur so ein Flugzeug, was wahrscheinlich für einen... Für einen Himmel mehr oder weniger gedacht ist dann. Das ist halt sehr schnell, was sagst du? Das war ziemlich schnell, ja. Ja, dann ist das so ein Angriffslugzeug. Die haben keine Bomben. Die sind halt wirklich nur für die Abwehr gegen andere Flugzeuge geeignet, glaube ich. Warum hat er denn jetzt hier einen Einzelschuss bei der Dreckswaffe drin? Ich hab ne ganz andere Waffe. Ach so, weil diese Piloten-Piss-Klass-Waffe jetzt hier. Ach, fick dich doch. Aber immerhin, zwei Leute damit getötet. Hä? Hä? Was willst du denn? Naja gut, dann muss ich jetzt wohl als Pilot hier erstmal mich hier durch die Welt schlagen. Durch die Wüste. Naja, aber vielleicht werde ich dann auch mal mit ein oder anderen München mal fliegen eventuell. Ja, und das ist eigentlich auch nicht so verkehrt. Ja, cool wäre halt, wenn Ena fliegen könnte und der Ande die Bomben, äh, dann hätte er das noch so ein bisschen so Pro-Ob-Modus. Aber ich glaube, das Ding geht beim Bomber, dann könnte man halt den Bomber nehmen, wenn man spielt. Weißt du, wenn man sagt, mal mit zusammen. Aber da würde ich dann nochmal mitfliegen, ja. Kannst du mal aufstehen, ja. Runter, runter. 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 Und tot. Wir haben Einsatzziel Buster verloren. Voll die Fresse hier geworfen, die Granate. Nein, jetzt, oh, jetzt halt bin ich zerstellt. Scheiße, hab ich unaufmerksam war. Mist, naja, ein bisschen Wut hat's gebracht. Ja, füllen wir eigentlich, ja. B, danach können wir ja eigentlich, ah ne, C haben sie ja. Wollen wir hier das Auto nehmen, bist du bei B? Ja, ich bin bei B, ja. Warte, ich komme. Bin drinne. Los. Wollen wir mal zu D fahren? Da mag ich noch ja nicht heute. Nicht? Nee, nee, noch nicht. Ich bin bei B und so. Bin raus. Ja, gut. Dann steige ich hier auch mal aus. Wir haben Einsatzziel Emil verloren. Jetzt hab ich ja immer noch diese scheiß Pilotenklasse. Ach so, weil ich da wiederbelebt wurde. Gott, ey. Nein. Hinter uns? E. E. Ja, genau. Ja, genau. Mit dem Gewähr 98 oder was für einen Rotz der da wieder hat. Nimmst du hoch zu E? Mhm. Ja, ich bin ein paar Meter hinter dir. Wow, da hinten ist ein Panzer. Schießt du auf jeden Fall. Wow. Da kommt die Panzer ohne an. Von links. Oh ja, scheiße. Naja, links und rechts beschossen. Meisterschütze wieder da. Der hockt da oben auf dem Wasserturm da drauf. Ja, in welcher Runde hockt da eigentlich keiner. Aber ich komm zu dir als Versorger. Oh, ausgeschaltet schon mal. Ja, ist tot. In der Luft gesprengt. Oh, drei. Yes, Robert. Oh, 1854. Robert. Da oben auf dem Wasserturm ist noch ein Sniper, ne? Ja, okay. Der mich jetzt gleich tötet. Ich hab ihn noch mehrmals markiert. In der Steiner Base bei E. Okay, hab ich nicht gesehen. Oder war der da unten? Der war blau markiert, meiner Meinung nach. Ah, ich hab den Sniper markiert, der da steht. Ah, er hat mich wieder getroffen. Hab ihn aber auch erwischt. Ich hab ihn, mit der Panzerbüchse. Sehr gut. Willst du hier ins Auto einsteigen? Bist du hier noch? Ja, ich komm mal weiter. Komm mal wieder zurück. Ich fahr leider nicht. Oh, muss ich beeilen, der fährt gleich los. Jetzt fährt er natürlich los. Schaffst du noch los? Jawohl. Wir haben reingestimmt. Ja. Wir wollen mal F hier als Befehl haben. Oh, befördert, jawohl. Komm nicht so hoch mit der Wache, ey. Wir haben Einzelne. Ja, gut. Fehlt er nur noch, aber. Wohl bei F waren noch ein paar Leute. Ja. Ja, gut. Das ist ja gar nichts hier mit den Fahrzeugwaffen, ey. Das ist ja krass. Das ist ein absoluter Witz. Oh, der Panzer, wenn der uns erwischt, ist er tot. Ich steig jetzt auch hier aus gleich. Hier. Ah, hier bombt aber noch irgendwas andere drin. Ja, okay. Toll. Der Panzer von da oben. Und jetzt hat mich der leicht... Oh, was ist denn mit dem nicht richtig, ey? Jetzt muss nur mal jemand diese Dinger kaputt schießen, ey. Oh, ich wurde wiederbelebt, ey. Oh Gott. Hm, Panzerzug jetzt. Also hier ist ja total Bombardement bei A. Da braucht man ja überhaupt nicht mehr. Nee. Da will ich nicht mehr spawnen. Bei dir kann ich wieder nicht spawnen. Ach, doch jetzt hier. Ich bin im... Flugzeug. Ah, ja. Aber hier habe ich wenigstens mal eine Wumme mit Deck auch. Irgendwann beschießt uns hier von da vorne, der Bastard. Oh Gott, hier rieselt's ja übelst drin, Alter. Total krass. Ich mach mit dem hier Wehr genauso viel Schaden wie mit meiner MG, die ich als Soldat drin habe. Das ist ja wohl nicht... Kann ja wohl nicht euer Ernst sein. Oh, ich bin raus. Wo raus? Wo warst du denn drin? Na, in dem Flugzeug bei dir mit. Achso, nee. Da war ich nicht mehr drin jetzt. Ey, wer hat denn das Ding dann geflogen? Nein, ich nicht. Achso, gut. Gut zu wissen. Jetzt bin ich hier irgendwie ganz am Arsch. Jetzt kann ich erst mal einen Marathon latschen. Boah, ich bin ja wirklich total weit hinten hier. Boah. Da wäre ich ja lieber doof gegangen. Boah. Boah. Weise mir den Weg. Naja. Tayyare, tam yukarda. Boah, ich da bin, ist die Runde vorbei, glaube ich. Wo bist du denn? Bei EF bin ich jetzt endlich. Oh Gott, das fern. Ich bin wirklich am äußersten Rand der Karte da gewesen. Hier ist nicht mal ein Fahrzeug natürlich. Ist ja wieder so. Ehrlich. Boah, hier liegt ein totes Pferd. Krass. Liegt das hier immer so als Deko, oder? Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. So, jetzt mal Flammenwerfer weg. Ich bin wirklich am Arsch. Zum Ende der Runde habe ich nochmal den Flammenwerfertyp mir gekriegt. Dann kicken, ob ich mit dem nochmal. Na gut, bis Cäsar schaffe ich es wahrscheinlich eh nicht mehr. Mann, wenn ich hier rumrenne in der Karte hier. Also, das ist halt mal ein Hasse, ey. Nur am Rennen. Komm, noch zu Cäsar schaffe ich noch. Ey, ne, jetzt ist nicht sein Ernst. Der verfolgt mich die ganze Zeit. So ein dummer Bastardspaß. Da wirklich. Das ist doch echt scheiße. Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert. Ah, krieg nicht mehr mehr die Punkte. Komm, ey. Ey. Hallo? Oh ja, haben wir gut. Immerhin für eine Einstiegsrunde würde ich sagen, war der jetzt in Ordnung. Ja. Mit deinem Büstchen noch. Mit deiner Büste. Mit meiner Büste. Bester Pilot, P-Berg-Boy. Kannst du mal sehen. Hast du mich verarschen, oder was? Ohne Scheiß, steht da. Echt? Krass. Hast du Pilze gemacht überhaupt? Ne. Ich habe eigentlich ja noch Stimme. Okay, krass. Ich habe das Flugzeug ganz gut beschädigt. Oh, 9 zu 9, ey. Gott. 11 zu 6. 37. 27. 288 habe ich. 27.718. 30.288. Ja, ja. 21. 21.